Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Herzlich willkommen zur B1-Mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf dem Bild sehe ich eine glückliche Familie, die zusammen im Supermarkt einkauft. Die Familie besteht aus drei Personen. Der Vater, die Mutter und ihre Tochter. Im Hintergrund des Bildes sieht man eine Vielzahl von Regalen, die mit Lebensmitteln und anderen Produkten gefüllt sind. Es gibt Regale mit frischem Obst und Gemüse, Regale mit Milchprodukten, und Regale mit Brot und Backwaren. Im Vordergrund des Bildes sieht man den Einkaufswagen, der voll mit Einkäufen und Lebensmitteln ist. Die Familie scheint eine angenehme Zeit im Supermarkt zu verbringen. Der Einkaufswagen, den Sie benutzen, ist voll mit frischen Produkten und anderen Einkäufen, die Sie gemacht haben. Die Tochter hält eine Orange, und zeigt sie ihren Eltern. Sie legt ihre linke Hand auf den Einkaufswagen. Sie sieht glücklich aus, weil sie mit ihren Eltern einkaufen geht. Die Tochter hat lange blonde Haare. Sie trägt, eine Jeanshose, und ein graues T-Shirt. Die Mutter sieht ihre Tochter interessiert, und mit einem Lächeln im Gesicht an. Sie hat lange blonde Haare, und hält eine Orange in ihren Händen. Sie trägt, ein langes gestreiftes Hemd, und eine dunkle Jeanshose. Der Vater hat braune Haare, und trägt ein gestreiftes Hemd, und eine dunkle Jeanshose. Mit der rechten Hand hält er den Einkaufswagen, und mit der linken hält er eine Frucht. Erfahrungen, Meinungen, und Vergleichen Auf diesem Bild geht es um das Thema, Einkaufen. Ich kaufe meine Lebensmittel in Deutschland nie auf dem Markt, weil es teuer ist. Auf dem Markt ist das Obst und Gemüse viel teurer als im Supermarkt. Das Brot, der Käse, und die Wurst sind auf dem Markt auch teurer. Ich möchte Geld sparen. Deshalb gehe ich zum Aldi oder zum Lidl. Ich denke, man sollte im Supermarkt einkaufen, wenn man Geld sparen will. Aber wenn man genug Geld hat, dann kann man natürlich auch auf dem Wochenmarkt einkaufen. In meiner Heimat war das anders als in Deutschland. Meine Familie und ich haben viel Obst und Gemüse auf dem Markt gekauft, weil es billiger und frischer war als im Supermarkt. Im Supermarkt war alles teurer als auf dem Markt. Wenn man in meiner Heimat Geld sparen will, dann sollte man das Obst, die Gemüse, Milchprodukte und Gewürze auf dem Markt kaufen. Ich finde, dass es wichtig ist, günstig einzukaufen, wenn man eine Familie und Kinder hat. Auch wenn man alleine ist, aber nicht so viel Geld hat, ist ein Supermarkt genau richtig. Hier in Deutschland kann man fast alle täglichen Bedürfnisse im Supermarkt einkaufen. In allen Städten, aber auch in manchen Dörfern in Deutschland, gibt es Supermärkte. Dort bekommen Sie viele wichtige Dinge für den Alltag. Brot und Fleisch, Joghurt, Putzmittel und Klopapier. An vielen Orten gibt es ein- oder zweimal in der Woche einen Wochenmarkt. Oft findet er samstags statt. Auf dem Wochenmarkt bekommen Sie frisches Obst, Gemüse, und regionale Spezialitäten. Meine Frau und ich gehen normalerweise einmal pro Woche zum Supermarkt. Das Einkaufen im Supermarkt hat viele Vorteile. Man hat keine Parkplatzprobleme, denn an jedem Supermarkt findet man einen großen Parkplatz. In den Supermärkten hat man viel Raum, und man kann sich dort sehr gut bewegen. Supermärkte haben ein großes Sortiment. Und man findet immer, was man sucht. Im Supermarkt kann man problemlos die Preise vergleichen, die Zutatenlisten lesen, und oft gibt es Sonderangebote. Auf diesem Bild sehe ich drei Personen. Eine Apothekerin und zwei Kunden. Die Kunden sind ein Paar. Sie sind etwa 60 Jahre alt. Das Bild zeigt eine Apothekerin, die in einer Apotheke arbeitet, und den Kunden Medikamente erklärt. Die Apothekerin ist eine junge Frau in einem weißen Kittel und einer Brille. Sie hat braunes Haar, das zu einem Zopf geflochten ist. Sie sieht sehr konzentriert aus, und spricht aufmerksam mit den Kunden. Sie hält eine Packung mit Tabletten in der Hand, und zeigt sie den Kunden. Die Kundin ist eine ältere Frau mit grauem Haar. Sie trägt eine rosafarbene Bluse, und trägt eine Tasche über der Schulter. Sie schaut aufmerksam zur Apothekerin und hört ihr zu. Sie scheint Fragen zu haben, und zeigt auf die Packung mit den Tabletten, während sie mit der Apothekerin spricht. Der Mann trägt eine graue Hose, und ein blau gestreiftes Hemd. Er hält auch die Packung mit Tabletten mit seiner Frau, und hört der Apothekerin aufmerksam zu. Im Hintergrund gibt Regale voller Medikamente und Gesundheitsprodukte, die die Kunden kaufen können. Die Apothekerin scheint sehr kompetent und professionell zu sein. Sie nimmt sich Zeit für jeden Kunden, und erklärt ihm geduldig und verständlich, wie er seine Medikamente einnehmen soll. Sie gibt auch wichtige Informationen über mögliche Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Erfahrungen, Meinungen, und Vergleichen Das Bild gehört zum Thema Gesundheit, und Gesundheitsvorsorge. Meiner Meinung nach sollte Gesundheit für alle die höchste Priorität sein. Es gibt einfache Wege, eine gute Gesundheit zu behalten. Regelmäßig genug Schlaf, richtige Ernährung, und etwas Bewegung reichen schon. Ich glaube, dass ein Arztbesuch, zum Beispiel einmal im Jahr, ist für alle Leute sehr wichtig. Das ist eine gute Möglichkeit, Krankheiten vorzubeugen, oder ernsthafte Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Leider, ist das in meinem Heimatland nicht der Fall. 25% der Gesamtbevölkerung sind an der Armutsgrenze. Es gibt auch eine gesetzliche Krankenversicherung, aber die Krankenkasse bezahlt nicht alles. Für viele Untersuchungen, muss man selber bezahlen. Das Gesundheitswesen in meinem Heimatland, ist für die meisten Leute teuer. Die Regierung gibt weniger Geld für Gesundheitsprogramme aus, und deshalb fehlt es an staatlichen Krankenhäusern. Aus diesem Grund, müssen die meisten Menschen selbst bezahlen. Und aus dem gleichen Grund, würden die meisten Menschen nur einen Arzt sehen, wenn sie krank sind. In meinem Fall, habe ich Glück, dass meine Familie der Mittelklasse angehört. Trotzdem, finden wir Gesundheitsdienstleistungen immer noch teuer. Deshalb, halten meine Eltern immer die richtige Ernährung. Mein Vater, hat vor acht Jahren mit dem Rauchen und Alkoholtrinken aufgehört. Leider, raucht meine Frau zu viel, und sie trinkt auch Alkohol. Aber sie ist fit und gesund, sagte sie. Und ich? Ich esse gerne Fisch, Fleisch, und Reis. Ich esse sehr wenig Gemüse, aber ich esse gern viel Obst. Ich rauche nicht, und ich trinke keinen Alkohol. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.